Hallo und willkommen zu Frank am Freitag. Heute etwas Verspätet und mit zwei Informationen. Also, wenn ihr regelmäßig Informationen und Tipps zum Thema Verkaufen und Führung erhalten möchtet, dann habt ihr jetzt die Chance, euch auf meiner Internetseite www.frank-dunker.de zum Polar News Letter anzumelden. Dann erhaltet ihr regelmäßig alle 14 Tage ein Newsletter und einen Blog. Darüber hinaus wird es bald etwas auf die Ohren geben, nämlich einen Podcast, den sogenannten Polarcast. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich gehe mal davon aus, in den nächsten 14 Tagen wird das Ganze starten. Ich wünsche euch heute schon viel Spaß beim Lesen und beim Hören und freue mich auf euer Feedback. Und sage allen ein gutes Wochenende. Bis nächste Woche Freitag. Ciao. Euer Frank. Und denkt dran www.frank-dunker.de. Dort könnt ihr euch eintragen. Dann entgeht euch keine Information. Ciao.